Und noch ein Actionvideo. Anja kommt. Jetzt laufen wir hier durch die heißen Gase. Sieht ihr das? Weiß man gleich, woher die Windrichtung kommt. Ja, das müssen wir schon am rumräuchern hier überall. Hier ist auch schön, ne? Moment, da kann ich ja mal das doppelte Lottchen machen. Parallel. Filmen und Knipsen. Das ist auch mal was. Ich müsste nur auf Milch drücken. Das ist alles ein bisschen chaotisch hier jetzt. Mal in der Film- und Knipserei hier. Ja, die fangen an. Die haben wir noch. Ich überhole sie jetzt. Die steckt sich hinter mir. So, von dem Blick an, ja. Ey, da, Mütze. Das ist nicht meine. Nein, ich weiß nicht. So eine Mütze trage ich nicht. Ja, von den Kiddies, ne? Ja. 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 Hier, ihr blubbert übrigens, wenn man es hört. Ist es aber. Oder was man sieht. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Das geht die ganze Scheiße hier ab. Da kann man es sehen. Brauch nicht. Seht ihr das? Es köchelt. Es köchelt. So sieht das hier aus. Ja, dann kann man hier auf diesen Stegen längs laufen. Hinteran, ja. Wie sie auf den Catwalk längs stolziert. Ja, das ist mein Fotomodel. Give it to me, Baby. Kann ich gar nicht. Ich muss mit dem Arsch wackeln. Kann ich. Sie kann nicht mit dem Arsch wackeln. Sie dreht durch. Das habe ich nicht gefilmt, Anja. Echt nicht? Nee, ich habe da hinten gehalten. Ist echt schon videotechnisch, ne? Naja, ich lasse einfach mal laufen. Was solls. Paul. Ich lasse einfach mal ein bisschen laufen, Anja. Lass laufen. Ne? Das blubbelt nur noch ein bisschen. Das blubbelt ein bisschen. Zeig auch mal. Blubber, blubber, blubber. Hat sich ausgelutscht. Das war mal ein Matt-Pott, ne? Die Suppe ist gleich fertig. Anja, warte. Wir müssen wieder ganz rüber, Anja. Scheiße. Also, da müssen wir ganz hin. Da oben hin. Da müssen wir irgendwo hin. Ja. Da müssen wir rüber. Ja. Ja. Egal. Ich will es gar nicht wissen. Das ist fertig. Ja. Ja. Ja, schön hier. Alles gelb. Alles ein bisschen gelb hier. Wie man sieht. Gelblich. Da. Ja auch. Da qualmt es. Und stinkt. Ja, so wie wir es kennen. Und nun treten wir den Rückweg an. Mit Anja. Film ich den gesamten Rückweg. Nein. Die Stunde. Ein Mini-Maus-Video hier. Zeitraffer. In HD? Nein. Zeitraffer. Den Zeitraffer kann ich nicht. Zeitlupe könnte ich. Ja, ich meine, wie du das mit dem Auto gemacht hast. Das kann ich nur mit dem Handy. Das ist HTC-Feature. Da sind wir nämlich ruckzuck drauf. Dann halten wir die Kamera woanders. Ist ja magisch. Und frisch und klar. Hier ist Wasser. Heißes Wasser. Whisky. Hot. Hot water. So, ich mach jetzt hier noch einmal rauf. Kultur links. Ja. Und dann kann man übrigens sehen, da spürzt das rauf. Moment. Wir müssen das verdammt. Was ist da? Ja. Genau guckt. Das sind ganz blubberne. So. Und damit sag ich jetzt auch, damit sag ich jetzt auch, tschüss genug videoisiert. Ihr seid jetzt im Bilde.